Und Leute, Timex hier. Heute zocken wir wieder Warzone und zwar jetzt ist der Solo-Modus ja da. Ich habe schon ein bisschen gezockt, wurde Vierter, wurde Achter. Ich will den ersten Platz holen vor Rumatra und Chef Schrobel. Die sind jetzt auch im Discord dabei. Wir zocken die ganze Zeit und wer zuerst den Win schafft mit mindestens 5 Kills, kein Campen, der bekommt von den anderen beiden jeweils 5 Subgifts. Also wenn ich jetzt hier echt den Win schaffen sollte, erstens mega geil, ich hab einen Win. Zweitens, ich krieg 10 Subgifts von den beiden und die beiden haben den Win noch nicht. Würde ich extrem feiern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. 5 Kills, Junge, so viel war ich noch nie in einer Runde. Digga, du kannst gar nicht erster werden ohne 5 Kills. Es ist eben 150 Leute. Du wirst Dauer-Attackt, auf dir sind Einsätze, du hast eine Drohne in deinem Nacken, die ganze Scheiße brennt, Alter. Ich denke auch, Alter. Ich glaub, ich bin ein Win ohne 5 Kills. Matras Marm immer. Oh yeah. Wie schlecht, Alter. Das ist wunderbar, denn die Stream-Sniper, ja. Was ist, wenn man gestream-sniped wird? Kurz die Fresse halten. Der hat mich beleidigt. Leute, mein Gegner ist hier noch! Na, ich bin tot. Och Mann, ey. Was willst du dagegen machen, wenn nicht jemand überfährt? Wie schlecht ist das Game, bitte? Das ist total gut, das Game. Das ist so geil, Alter. Ich hab nur drauf gewartet, dass Chef-Drobel nicht überfahren wird. Ey, es ist so, ich hab drei Kills, ich hab so gut gespielt und er überfährt mich einfach auf offener Fläche, du kannst es nicht auswählen. So geil. What? Digga, Mann, was ist denn das? Er sagt, er ist es, Digga. Das ist halt echt krank. Er ist halt echt krank, der läuft immer hinterher. Herbert, das ist mein Vater. Ja, klar, von Catch-Up Stream-Snaver ausgeschaltet mit Deutschland-Flagge. Antisemit. Guck mal, er zielt auf mich, er weiß nicht, was er machen soll. Er muss gleich in die Zone laufen und dann überfahre ich ihn. Ja, jetzt ist er tot. Überfahren hat er. Jawoll! Das ist so geil. Alter, ich liebe dieses Spiel so sehr. Was denn? Oh, wie lachst du komisch? Das ist ein ganz hysterisches Scheißlachen, weil dieses Game so geil ist. Du hast gerade wieder letzte Creep gelacht. War das Absicht? Ja, das war komplette Absicht, weil es so geil ist, dieses Game. Geil. Sind noch irgendwo ein Shop? Ich loote wirklich eine ganze City. F in Chat für jeden Wichser, den ich gerade überfahren habe. So. Wie viele Kills hast du? Zwei. Hm, campig. So schlecht ist, warum er da ganz einfach nur campen und dann irgendwie so Kills abstaubt. Also wirklich nur campen und dann mit dem Auto Kills machen, ist halt auch ganz merkwürdig. Was hat er für eine Waffe? Was hat er? Ich kann nicht mehr sehen, wie der mich gekillt hat. Ich war gerade, ich hatte alle drei Playtinks und bin dann zwei Sekunden tot. Ja. Headshot und dann Waffe. Sniper Headshot und dann ist die Kacke am Denzen. War kein Sniper Headshot. Eine Jazzmaske? Ich weiß nicht, wie der mich gerade so schnell gekillt hat. Wie soll das gehen? Was war das für eine Waffe? Ein Win, ja. Ich habe mit der Pfostel mal einen Win geholt. Also, scheint so, als würden die planen. Alter, du kannst hier so viel Husten, du Hustest auch so low. Oh, der Huster bringt gar nichts. Hustest du doch nur, als wenn du was abhustest. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Reizhusten, ein trockener Reizhusten. Der ist, natürlich bringt der nichts. Oh, ich bin der beste Spieler der Welt. Wie kiss das so? Nein, aber der war so solid. Wahnsinnig sicher gespielt. Ich habe auch irgendwie Lust noch, um es für den LKW-Leute zu überfahren. Dieses Geräusch, wenn die sterben, ist dasselbe, wie wenn die auf dem Boden aufkratzen wegen Falldermitsch. Alter Junge, das kannst du nicht sagen. Nachdem, was in Berlin passiert ist. Du enthältst deine Ausrüstungslieferung. WTF? Was? Zeigen, 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 zeigen. Ich habe die Wache mit dem höchsten Schaden von Sekunde. Welche? Ich habe mir einfach gekillt. Ich habe mir einfach gekillt. Ich habe mir einfach jeden Schuss. Alles. Aber ich finde es gut, dass heute niemand im Anderen... Also wir werden zumindest alle nicht ärmer. Wir werden zwar auch nicht reicher, aber wir werden auch alle nicht ärmer. Das ist echt entspannt. Warum? Ich hatte schon Angst, dass ich irgendeinem von euch Geld zahlen muss. Aber keiner von uns wird das schaffen. Es ist halt umso epischer, wenn es doch einer schafft. Dass du für die Aussage einfach richtig blechen musst, weißt du? Ja. Wie leckten das? Mein Gameleck, ich muss raus. Ich muss die Runde quitten. Obwohl, wir haben vorher nichts abgemacht. Hä, was haben wir nicht abgemacht? Wenn ich jetzt hier eine komplette Leckrunde habe und keiner kann geradeaus laufen und ich gewinne die Runde, zählt es trotzdem. Hier kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er gewinnen will. Doch. Doch, doch. Wieder tot. Level 121 ist er. Wollte gerade sagen. Du musst doch wissen, wie verspitz die Leute hier sind. Ich bin sehr oft schon in die Top Ten gekommen. Im Solo. Ja, ja. Als Vierter, 8 Kills, ich hab komplett alles wegrasiert. Herber ist voll super, ist ready. Jetzt mach hier kein Rückzieher hier. Und er trifft halt wieder den ersten Shot, ne? Er trifft halt wieder den ersten Shot. Eigentlich wär ich wieder tot. Das ist mir auch schon mal passiert, tatsächlich. Du, ich kenn das. Die müssen aber ja das Vierter fliegen im Dome. Ich weiß, dass wir selber in einem. Wir müssen gleich mal gucken. Wie sie alle am rumheulen sind. Ja, es ist auch abgefuckt. Es ist auch abgefuckt. Mein Problem ist halt, es gibt 6 Millionen Spieler. Vorher haben regelmäßig 70.000 Modern Warfare gezockt. Das heißt, es sind fast alle 6 Millionen neue Spieler. Und ich hab... Ja. 30 Spielstunden. Und ich hab durchgezockt jeden Tag. Und die Leute haben alle höheres Level als ich. Und Activisions... Und es macht halt gar keinen Sinn, ne? Wir haben halt alle durchgezockt. Was soll ich sagen? Ne, mehr durchgezockt geht nicht, Alter. Doch, doch. Ich hab dich eingeholt mit Kills. Und du hast 3 Tage früher angefangen. Ja, Digga, du! Ja, wie, Digga, ich? Was ist... Hä? Ich bin ja komplett... Das spielen so viele 12-Jährige, die zum ersten Mal Call of Duty spielen. Millionen! Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Wieso krieg ich keine Munition aus der Kiste für die Waffe? Das macht schon gar keinen Sinn, Alter. Wir fahren ja nur mit LKW. Ah, war klar. Ja, das war klar. Dass ich gegen diese zwei solchen Lappen spielen muss. Ich mach's halt nur mit Kills, die man normal macht mit Waffe, aber... Im Endeffekt hab ich ja keinen Ruf zu verlieren. Geht, ja. Ich hab die krasseste Posi im Game. Ja, klar, wenn ich's jetzt schafft... Jo, hier ist ein Penner, Alter. Schön saufen. Überwachungsturm, ne? Schön mal auch ein Heben, dann. Was sagt die Zone? Ohho, guck mal, wie viele... Ohhohohoho, was? Was? Ihr suckt alle. Na, fünf Kills wird vielleicht doch nicht schwierig. Noch sieben Leute alive. Ja, die töten sich schnell gegenseitig. Ich muss doch bis zuerst was sie jetzt machen. Ne, ne. Ne win ist ein win, sag ich immer. Oh, nein! Da hinten ist echt keiner mehr drin, die Leute spielen echt nicht schlecht. Ich hab ein ganz schlechtes Gewissen, ich komm rüber wieder über Tryhard, Vollidiot. Wie gesagt, ihr müsst wissen wie ihr gewinnt. Ja deswegen haben wir die Regel gemacht, 5 Kills braucht man. Ah, 7 Leute noch alive bei mir, 6 Leute, scheiße. Wie Kills brauchst du? Alle. Ich brauch 3 Kills, 5 Leute noch alive, ich muss 3 von den 6 töten. Scheiß drauf. Wie der Wendler sagen würde, egal. Superschlechter Gag, superschlechter Gag. Sau Mainstream, bist du Oliver Pocher oder was? Oh mein Gott, guck euch bitte die Zone an, warum ist das so? Fuck, als ob er riecht, dass ich, ja ich hab verloren. Zweiter geworden mit 4 Kills. Mit 4 Kills, ja. Oh, Junge. Ich raff nicht, wieso er, wieso er, ich hab gedacht... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nein, ich bin jetzt nicht leise. Nicht Ruhe, nicht Ruhe, WTF. Überhaupt nicht Ruhe, Marc. Du bist ein Wichser, bei dir leben 150 Leute und du bist so weit weg, ein Game zu gewinnen. Ja, genau. Scheiße, ich hab mir die Gasmaske aufgesetzt und bin durch die Zone rechts gelaufen, okay? Ich hab mir die Gasmaske aufgesetzt und wollte durch die Zone rechts flenken und da schaut er hin. Sag mir, was... Digga, gibst du das, wenn du so in der Achterbahn auf einmal geht's komplett steu runter und dein Zwerchfeld hebt sich so und deine Innereien und du hast du das gefühlt, du fühlst dich ganz unwohl? Ja. Was hab ich grad bei meinen Snipes? Wie viel bei dir noch, Max? Update? Top 19, drei Kills. Danke Danigi für's... Ey, Max? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich hab nen ganz kranken Überstützer. Ich würd' sagen, ich sprinte rechts raus. Ich sprinte rechts einfach raus. Ich bin komplett... im Arsch. Mal hoffen, wo die nächste Zone hingeht. Fuck, Alter. Zweiter mit vier Kills ist halt so frustrierend. Top 17, drei Kills. Letzter Einsatz wird vorbereitet. Oh mein Gott, ich hab schon wieder zu Unglück. Max wird halt sterben. Das ist grad echt sau-intens. Keine Schildplatten mehr. Bleib einfach da. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Wo kommt der Typ her? Typ her? Ich hab keine Lust mehr auf das Spiel. Warum macht seine Waffe wieder so viel Damage, Mann? Ich versteh's nicht. Ich hitte alle Schüsse vor den Leuten und sterbe im Endeffekt trotzdem. Das macht so keinen Sinn. Ich pisse dich. Mann. Das ist der dreckigste Camper Spot den ich hier habe. Ich bin noch in der Zone. Mir ist scheißegal. Nicht so viel Husten. Alter, 50% schreiben nice. Das war GG. Die anderen schreiben, ich bin ein dreckiger Camper. Aber das ist dann für mich auch ein GG. Yes, drei Kills. Gulag gewonnen. Ich bin in den Top 10 vier Kills. Oh, strong. No. Ich kann das jetzt noch überhaupt warten. Romatra jetzt nicht mehr Husten. Das geht nicht mehr. Sagst du sollst den Honigsaft machen. Hast du nicht gemacht? Hau wahrscheinlich nicht rein, ne? 5 Kills. Neue Gegner noch. No way, Alter. Das Gas reitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Also dich töd ich. So noch vier Feinde übrig. Du weißt was zu tun ist. Also wer so frech ist und mich im Fallschirm abschließt, der wird gehunted. Hm, ist auch richtig so. Ist egal, die Runde ist nicht wichtig. Wir können auch noch einer spielen. Soll ich jetzt schon runter, Leute? Soll ich jetzt schon runter? Ich kann ehrlich machen, ich hoffe du stirbst. Das Gas kommt. Oh Gott, jetzt ist die Tunisende. Der ist ja vorher gestorben. Ich bin hier noch in der Zone. Ich bin da ganz knapp noch runter. Fokus, Fokus, Fokus. Drei Gegner noch. Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Tot. Tot, Fokus, Toro. Hat sechs Kills. Wie?